hallo guten tag wie geht es euch leute ich bin hier ich wollte heute dir zeigen wie kann man aus seine netflix konto ausloggen und die sind ganz einfach wenn du benutzen eine computer oder eine laptop mit window 8 oder window 10 ist ganz einfach ich zeige euch so gehen wir einfach in deine netflix rein und dann musst du deine maus in dieser ganz unten rechtecke hier bringen dann kommt das menu raus wenn das menu kommt dann musst du einmal bei einstellung drücken dann kommt das ausloggen hier kannst du auch einmal da drücken dann kannst du einmal hier drücken bei ausloggen das auf deutsch ich mache jetzt weiter auf englisch und ich mache hier abbrechen und komme ich wieder zurück hier so hi guys this is your boy colin upora i'm gonna show you how you can log out of your netflix account using a computer or a laptop a laptop with window 8 or window 10 so this is the only simplest way on how you can log out of your netflix account so it's very simple you just need to bring your mouse into the far right corner which is here and then the menu will pop up which is here then you select settings then if the settings come up here you can also uh if you go here inside your account you can change your password and stuff like that but here we are going to show you on how you can log it out so then you just come at sign out and then you press sign out once you do that then you are done so i don't want to log out of mine so i'll just let it be like this so i hope you guys like the video like share subscribe tell a friend to come and uh support the youtube channel let it grow i'll be posting some new videos on these coming days also on different topics topics as i have said uh so guys thank you very much for your time enjoy you you